Okay, ihr wollt ein paar Updates zu PUBG in Köln. Es gab ja den PUBG Hotdrop in Köln, der war zeitgleich mit der Gamescom. Und ich habe mich getraut, ein Video aufzunehmen, da ging es um einen Teaser zu einer neuen Map oder zu einer Weiterung, was auch immer. Wir können nur rumspekulieren, aber ich zeige euch kurz das Video, das ich aufgenommen habe vor Ort. Ich habe gerade in YouTube geschaut, das Video ist direkt von PUBG, noch nicht online. Das bedeutet, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich dieses Video online stelle. Da hört auch mein Laban im Hintergrund, tut mir leid dafür. Ich werde jetzt auch mal die Bordung rausgeladen, da bin ich fast. Ich bin echt richtig geslegt. Aber das Video gibt es doch schon, das haben wir doch schon gesendet. Das ist ein Video, das ist ein Video, das haben wir doch schon gesendet. Wo war denn das? Zombie-Mode. Ich habe mich auf jeden Fall. Ich habe mich auf jeden Fall geholfen. Ich habe mich auf jeden Fall geholfen. Oh nein, ich habe mich auf jeden Fall geholfen. Also es geht anscheinend um Tego. Es geht um irgendeine Zombie-Apokalypse. Es geht um irgendwelche Versuche, die durchgeführt wurden. Genau. Ja. Und noch ein paar Impressionen aus Köln. Das war richtig lustig. Es gab so einen Typen mit einem Ghillie-Suit und ich habe mich mit der Pfanne von hinten an ihn angeschlichen. Also es war ganz nice, haben sie gut gemacht. Und außerdem habe ich Wacky Jacky auch getroffen, was halt auch krass ist. Weil er ist trotzdem noch mehr gekommen und hat sich das gegeben, obwohl er ja eigentlich aufhören wollte zu streamen. Also ja, ganz coole Sache. Ich mache hier mal auf Pause. Und so sah es vor Ort aus. Wie gesagt, es war echt nice. Es war echt cool. Es waren auch relativ viele Leute da. Es waren 400 Leute da und es wurde, gab kostenlos Essen und Trinken. Es war wirklich richtig was geboten. Hier nochmal das Venue. Es gab Opening Credits, Willkommensrede und Quiz. Dann Community Battle. Special Kill Battle mit Wacky Jacky. Und ja, es war wirklich einiges geboten. Hier seht ihr euch mit Sea Dome und Wacky Jacky nochmal. Also ihr seht schon, es war eine richtig coole Sache. Es war echt, es hat Spaß gemacht. Es war echt schön, dort gewesen zu sein. Das muss ich euch ganz klar sagen. Und ja. Am Ende des Tages gab es leider gar keine so vielen Informationen, was jetzt alles neu ist. Weil es wurde das Video gezeigt, was ich euch schon gezeigt hatte. Es gab ein Quiz, ein bisschen rumgezocke. Aber es wurde nichts über die Unreal Engine 5 erzählt. Es wurde nichts über den PUBG 2 erzählt. Es war leider nicht sehr ergiebig, was neue Informationen anbelangt. Es war zwar extrem lustig, dass wir alle Spezialisten mal vor Ort treffen konnten und man sich auch mal mit Wacky Jacky oder Sea Dome unterhalten konnte. Das fand ich schon richtig cool. Aber leider PUBG selbst Infos, weitere Infos zu irgendwelchen kommenden Kollaborationen, Update auf Unreal Engine 5 etc. Habe ich nichts dazu gesehen. Das fand ich leider, leider ein bisschen schade, muss ich sagen.